Peace, Freunde der gepflegten Investitionen. Es ist Montag, neue Woche beginnt und ihr seht es im Hintergrund, der Kryptomarkt pumpt mal wieder ein bisschen. Also aktuell sind wir Bitcoin auf knapp 74, sorry 64, 1000 Dollar und aktuell könnte es sogar wirklich so aussehen, dass wir vielleicht nächsten Monat wirklich mal wieder nach langem einen goldenen Oktober sehen könnten. Schauen wir mal, ich meine aktuell, wir dürfen auch nicht zu euphorisch sein, ist natürlich schön mal wieder so einen kleinen Anstieg zu sehen, aber ihr wisst selbst, es kann auch ganz schnell mal wieder unter die 60 gehen, aber gucken wir mal. Ist auf jeden Fall trotzdem schön, heute schauen wir uns aber mal wieder verschiedene Kryptos an im Bullrun, also was ist möglich preistechnisch, was sagen die Analysten, was sage ich. Wir hatten davon schon zwei, drei Teile auf dem Kanal, heute schauen wir uns aber mal Cardano an, XLM, also Stellar, Render und Doge, seid auf jeden Fall gespannt. Wir gucken mal, was einfach preislich möglich sein kann, was wie gesagt die Analysten dazu sagen. Für den Support lasst sehr, sehr gerne ein Däumchen hoch da, würde mich auf jeden Fall riesig freuen, schreibt ein Kommentarchen, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr neu seid, um nichts zu verpassen, würde aber sagen, wir legen los. Bevor wir allerdings mit Cardano anfangen, natürlich nochmal eine kleine Einblendung von meinem Partner Bitpanda, werdet ihr alle kennen, sehr, sehr große Krypto-Exchange, haben mittlerweile über 300, 400 verschiedene Kryptos, die ihr dort handeln könnt, kaufen könnt, verkaufen könnt, euch Sparpläne erstellen könnt, sogar mit Aktien handeln könnt, also für jeden was dabei. Wie gesagt, sie machen auch gefühlt jeden Monat ein kleines Krypto-Gewinnspiel, für alle, die da irgendwie mitmachen wollen, erster Link in der Videobeschreibung, schaut vorbei, jetzt aber los mit Cardano. ADA wird jedem auf dem Kryptomarkt auf jeden Fall ein Begriff sein, ihr seht es hier schon mal im Hintergrund, mit dem Ein-Jahres-Chart stehen aktuell auf Rang 11 aller Kryptos, Market Cap-technisch sind wir knapp bei 13 Milliarden, auch wenn das letzte Jahr nicht sonderlich gut lief. Ich meine, viele sind in letzter Zeit auch Cardano so ein bisschen am bashen und ja, schau dir die 43% an, so einfach ist es natürlich nicht, man sollte wie immer gerne einfach mal rauszuholen, dann sieht man auch, dass davor nochmal einiges gegangen ist und wir seitdem halt einfach ein bisschen in einem Tief sind. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja noch keine Altcoin Season gesehen. Wären wir jetzt nach der Altcoin Season und hätten so einen Chart, dann wäre es natürlich bitter und mega strange, aber da das Ganze noch kommt und wir aktuell halt einfach eh in einem Tief waren, ist das alles mehr als im grünen Bereich in meinen Augen. Ich meine, es passiert ja auch sehr, sehr viel, also Cardano ist einer der Coins, wo man eigentlich gefühlt jeden Monat irgendwelche News mitbekommt und Neuerungen mitbekommt etc. So ist ja jetzt letzten Monat erst die Chang Hard Fork erfolgreich implementiert worden bei Cardano. Letzte Woche war dann Charles Hoskinson, wenn ihr auf Ex etc. im Start seid, habt ihr das gesehen, bei dem argentinischen Präsidenten zu Gast und es kommen eigentlich, wie gesagt, halt einfach gefühlt jede Woche, jeden Monat verschiedene Neuerungen zu ADA raus und die sind meistens eigentlich sehr, sehr vernünftig. Zudem bin ich auf jeden Fall weiterhin extrem positiv gestimmt, was Cardano angeht und ich denke, dass der Bullrun für ADA definitiv nicht ausbleibt. Wenn wir mal auf die ganzen Analysten schauen und ungefähr den Mittelwert von den ganzen Nehmen, sehen wir bei ADA diesen Bullrun, die 3 Dollar Marke, also laut den Analysten. Ich meine, wir stehen aktuell auf 35 Dollar Cent und meine letztes Alltime High waren eben um die 3 Dollar. Das wäre jetzt natürlich kein wahnsinniger Meilenstein, wenn wir wieder auf die 3 Dollar kommen und deshalb denke ich, dass da auf jeden Fall deutlich mehr passieren wird, wie die Analysten behaupten und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir am Peak irgendwo bei 5 bis 6 Dollar sind. Also gerne mal eure Prognosen so oder so in die Kommentare. Aber ich glaube, viele lassen sich da aktuell so ein bisschen von dem negativen Trend leiten und das siehst du ja oft. Wenn es schlecht läuft, kriegst du schlechte Prognosen. Wenn es gerade extrem gut läuft und wir in einem wahnsinnsbullischen Zyklus sind, dann sprechen alle von Bitcoin erreicht die 500k. Und so ist es halt bei den Altcoins auch. Von dem her ja. Also lasst ADA mal gut zünden und dann werdet ihr sehen, sind auch wieder die ganzen Prognosen plötzlich bei 10, 15 und 20 Dollar. Ja, gucken wir mal. Aber ich würde sagen, wir machen weiter mit XLM. XLM bzw. eben Stellar, ihr seht es im Hintergrund, stehen aktuell auf Rang 34 mit einer Market Cap von knapp 3 Milliarden Dollar. Und ja, in letzter Zeit merkst du eigentlich so ein bisschen einfach diesen Umschwung, dass immer mehr Leute sagen, du, ich kehre XRP meinen Rücken, ich gehe jetzt zu Stellar bzw. zu XLM. Einfach, weil sie halt jetzt auch die letzten 5 Jahre gesehen haben, du, mein Geld, da ist irgendwie nichts passiert, weder hoch noch runter, war im Endeffekt wie bei irgendeinem komischen Stablecoin, habe ich die Schnauze voll. Wie gesagt, ich investiere jetzt in XLM, mir reicht es. Also ich muss dazu sagen, ich distanziere mich weder von dem einen noch von dem anderen. Also ich kehre weder XRP meinen Rücken noch setze ich jetzt irgendwie nur auf XLM. Ich finde, beide Projekte haben definitiv Daseinsberechtigung, werden im Bullrun extrem durch die Decke gehen, weil halt einfach dieser ganze Finanzbereich immer, immer größer wird und auch was die beiden Projekte bedienen. Ich meine, schaut euch die Zukunft an. Ich denke, ihr bekommt das selber mit, was aktuell auf dem Finanzmarkt los ist, über was die Länder nachdenken, Bargeld weg, alles deutlich, ich sage mal, gläsernah, Transaktionen, dies, das. Und da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass man mit XRP und XLM halt einfach davon profitieren kann. Wenn man schon nicht, ich sage mal, das ganze Grundgerüst drumherum feiert, dann, sage ich mal, kassiert man halt wenigstens ab mit den verschiedenen Projekten etc. Und da sind meiner Meinung nach XRP und XLM ganz vorne. Bei Stellar hatten wir ja jetzt im Sommer erst das Upgrade miterlebt auf Protokoll 21. Zudem kann man hier halt auch sagen, es ist eigentlich wie bei Cardano. Es passiert ständig was Neues, man kommt eigentlich schon fast gar nicht mehr hinterher bei XLM. So haben sie jetzt diesen Monat ihre Partnerschaft mit Moneycram und Zypto bekannt gegeben, was auch einfach eine Ansage ist. Und das wird mit Sicherheit halt auch nicht die letzte sein. Stellar stärkt somit natürlich auch den globalen USDC Cash Service, auch wenn ich kein Riesenfan davon bin. So ich bin halt Team USDT Tether. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, ich stelle mich jetzt nicht bei jedem Punkt auf irgendwelche Seiten. Jeder hat natürlich seine Favoriten. Aber am Ende des Tages, meiner Meinung nach, soll jeder das tun, was er für richtig hält. Ich verurteile dafür überhaupt niemanden. Und ich denke mal, XLM ist so ein Riesenunternehmen mittlerweile, dass sie da definitiv wissen, was das Richtige ist und warum sie sich für das jeweilige einfach entscheiden. Deshalb gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass XLM im Bullrun gut durch die Decke gehen wird. Wenn wir mal auf die ganzen Analysten schauen, die sehen es meiner Meinung nach schon eher niedrig. Also die gehen davon aus, dass am Peak XLM irgendwo zwischen 50, 60 Dollar Cent sich bewegen wird. Finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr niedrig. Man darf natürlich nicht vergessen, XLM steht erst, sage ich mal, bei knapp 3 Milliarden. Und in meinen Augen geht da deutlich mehr. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir am Bullrun Peak die 2 Dollar durchbrechen, vielleicht auch die 2,50 durchbrechen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Wie gesagt, der Finanzmarkt wird boomen. Wir stehen vor einer Riesenumstrukturierung, was das Ganze angeht. Aber ja, gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Würde aber sagen, wir machen weiter mit Render. Im Hintergrund seht ihr, Render steht aktuell ein bisschen vor XLM. Also auf Rang 30 aller Kryptos, haben eine Market Cap von knapp 3,2 Milliarden Dollar. Hat das letzte Jahr um die 30 Prozent zugelegt und stand Anfang des Jahres schon mal auf ca. 12 Dollar. Aktuell immerhin noch auf der Hälfte, also auf 6 Dollar. Ich meine, generell zentrale Infrastrukturen erleben aktuell sowieso einen kleinen Hype, der gerade immer wieder so ein bisschen sich weiter aufstachelt, aufbaut. Das könnte natürlich dann unter anderem auch Render extrem beflügeln und den Kurs dann nochmal weiter pumpen. Ich persönlich bin anfangs nicht in Render rein, einfach weil ich es mir mal anschauen wollte. Mittlerweile habe ich aber auch irgendwo den Zeitpunkt verpasst, wo ich sage, ey, das ist jetzt noch der wahnsinns gute Einstieg, hier muss ich unbedingt rein. Deswegen gucke ich mir das erstmal an und ich meine, mein Portfolio steht halt auch. Also wenn ich in jedes Projekt immer reingehen würde, was irgendwie auf YouTube dann plötzlich mal viral geht und alle plötzlich das totfeiern, dann hätte ich wahrscheinlich 800 Projekte im Portfolio. Also das ist auch nochmal so ein kleiner Tipp irgendwo an der Seite. Macht euch, wie gesagt, euer eigenes Bild von den verschiedenen Projekten und wenn ihr ein Ziel verfolgt und das, sage ich mal, schon erledigt habt, dann lasst es so und entscheidet euch nicht immer um. Oder wenn Leute irgendwas feiern, dann macht das auch, weil alle sagen, das ist das Krasseste oder so. Ey, Render kann diesen Bullrun auch gut durch die Decke gehen. Aber wie gesagt, ich hatte halt einfach andere Projekte einfach stärker favorisiert. Heißt aber nicht, dass Render ein schlechtes Projekt ist oder so. Also da bitte an die Leute, die dann irgendwie ein Team sind und das irgendwie dann alles verteufeln. Wenn sich mal irgendwas so ein bisschen negativ anhört, ist es überhaupt nicht gemeint. Und ja, hört auf, da so verbissen zu sein. Und ich hatte es schon mal ein paar Videos davor gesagt. Meistens sind das ja echt irgendwelche Leute, die da, keine Ahnung, ihr Bürgergeld irgendwie investiert haben und dann das Projekt verteidigen, als wäre es ihre eigene Mutter. Also das nicht persönlich nehmen. Aber gucken wir mal auf die Analysten. Dort, ja, muss ich schon sagen, sind einige auf jeden Fall ganz schön verrückt. Einer sieht zum Beispiel Render im Bullrun bei 200 Dollar, ein anderer bei 150. Dafür muss natürlich erstmal einiges passieren. Ich meine, ich sehe Render in naher Zukunft erstmal maximal beim alten All-Time-High. Gerade wenn wir jetzt wirklich den Oktober über nochmal so anziehen, wie es jetzt die letzten Tage ist. Aber da sehe ich auch erstmal so die Grenze. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir Render in den nächsten ein, zwei Monaten irgendwie bei 50, 60 Dollar sehen. Aber gut, eure Meinung trotzdem mal in die Kommentare. Ich denke, dass wir im Bullrun, also beziehungsweise am Bullrun-Peak Render vielleicht so maximal bei 50, maximal 60 Dollar sehen könnten. Aber du, wie gesagt, wenn es mehr sein sollte, ich freue mich für jeden, der dick in Render investiert ist und da seine fetten Gewinne macht. Würde aber sagen, wir schauen als letztes noch auf Doge. Schauen wir als letztes noch auf den mit Abstand beliebtesten Meme-Coin auf dem Kryptomarkt. Wie schon erwähnt, auf Doge. Steht aktuell auf Rang 8 mit einer Market Cap von mittlerweile 15 Milliarden Dollar. Was auf jeden Fall ein wahnsinns Wort ist. Hat sich dieses Jahr auch halbiert. Also was den Kurs betrifft, steht also noch aktuell auf 10 Dollar Cent. Bisschen mehr. Und das ist für mich wirklich so mit der einzige Meme-Coin, der irgendwie spannend ist in Bezug auf den nächsten Bullrun. Einfach auch, weil er in meinen Augen so mit der stabilste ist. Und man einfach auch gewisse Personen dahinter hat, die den immer wieder pushen. Auch wenn er jetzt erst vor 2-3 Monaten das Gerichtsurteil gewonnen hat. Da ging es ja darum, dass er wohl Dogecoin manipuliert hätte. Also das war die Anklage. Er hat allerdings gewonnen. Also das Gericht hat ihm Recht gegeben, dass er das nicht getan hätte. Dass er den Kurs nicht manipuliert hätte. Ja. Was ist eure Meinung dazu? Also meiner Meinung nach hat er schon da auf jeden Fall dazu beigetragen. Allein wenn man mal auf den Bullrun 2.21 schaut. Weil da war es meiner Meinung nach auf jeden Fall am heftigsten. Also da hat man definitiv starke Anstiege gesehen, immer wenn er davon gepostet hat. Aber gut. Ich meine, mir soll das egal sein. Man profitierte davon. Aber ja, da frage ich mich schon, ob das Gericht überhaupt da versiert genug war, das beurteilen zu können. Ob sie da irgendjemanden als, keine Ahnung, Zeugen etc. hatten, der das Ganze verfolgt hat. Weil wenn da jemand dabei gewesen wäre, dann wäre das meiner Meinung nach definitiv anders ausgegangen. Wobei es halt auch schwierig ist, das zu beweisen. Also wenn du jetzt irgendwie einen Twitter-Post hast, worauf, also wie kannst du das garantieren, dass dann Leute wegen dir das eingekauft haben. Also klar, ist schon irgendwo schwierig. Jedenfalls sagen auch viele, dass Musk das Ganze mitfinanziert hat. Also dass er komplett Mitinvestor quasi ist bei Dogecoin seit Beginn an. Und das auch deshalb so eine Reichweite, so eine Größe erreicht hat. Und wenn man dann auch noch merkt, dass Dogecoin so mit oder nicht so mit, sondern die einzige Kryptowährung ist, mit der man bei Tesla bezahlen kann. Wer weiß, kann man schon das eine oder andere daran feststellen. Beziehungsweise das eine oder andere kritisieren. Und deshalb denke ich auch, dass Dogecoin nicht so schnell weg sein wird vom Fenster. Weil ich meine, wenn du einen Multi-Multi-Multi-Milliardär im Rücken hast, der dich da unterstützt und supportet, dann ist es halt einfach schwierig, dich vom Markt zu verdrängen. Und dann ist so ziemlich alles möglich. Aber im Bullrun sehen die Analysten Dogecoin bei 60 Dollar Cent. Ich sage, er wird im Bullrun zum ersten Mal die 1 Dollar Marke knacken. Gucken wir mal, ob das möglich ist. Ich meine, so unrealistisch ist das gar nicht. Weil man immer mal wieder Leute hört, die sagen, boah, 1 Dollar bei Doge, das ist ja völlig gesponnen. Das ist überhaupt nicht möglich. Ich meine, ey, letzten Bullrun waren wir irgendwie bei 70 Dollar Cent oder was. Also finde ich jetzt nicht so gesponnen, da nochmal irgendwie 30 Prozent oder was drauf zu packen. Aber schauen wir mal. Eure Meinung ist natürlich gefragt. Gerne mal in die Kommentare, was ihr vermutet. Was passiert mit Dogecoin im nächsten Bullrun? Und hinten raus gibt es natürlich nochmal Werbung von meinem Partner Jump Hacks. In meinen Augen auf jeden Fall mit Abstand die beste Copy Trading Plattform, Trading Plattform etc., die es auf dem Markt gibt, wenn es um Kryptowährungen geht. Ich meine, hier gibt es auch mit die besten Prozente. Und ihr könnt, wie gesagt, normal traden. Ihr könnt mit Hebel traden oder ihr könnt eben Copy traden. Heißt, wenn ihr nicht selber traden könnt oder einfach keine Zeit dafür habt, könnt ihr hier auf die Plattform drauf und sagen, du, ich folge jetzt dem Dave oder ich folge wem auch immer und profitiert dann somit einfach an meinen Trades prozentual mit und verdient somit halt einfach passiv Geld. Also ich finde es eine sehr, sehr coole Sache, vor allem wenn man nebenbei noch irgendwie ein bisschen Geld macht, ohne dass man aktiv irgendwo am Start ist. Schon sehr, sehr cool, einfach in der heutigen Zeit. Und ja, Jump Hacks macht es auf jeden Fall möglich. Aber wie gesagt, ihr könnt dort auch normal traden. Also ihr seid nicht gezwungen, dort Copy Trading zu betreiben. Und ihr habt sogar die Möglichkeit mit einem wahnsinnig kranken Hebel. Also das ist wirklich nur für irgendwelche Zocker, die sagen, du, ich mach das mal just for fun, irgendwie mit einem Zwanni oder so. Ich bin davon kein Fan und ich empfehle das grundsätzlich auch nicht. Aber die Möglichkeit ist auf jeden Fall da. Also heißt, egal ob du konservativ unterwegs bist, ob du ein Zocker bist, also im Endeffekt ist für jeden was dabei. Wie gesagt, wir machen es aber sehr, sehr konservativ. Wer Bock hat, schaut gerne vorbei. Zweiter Link in der Videobeschreibung. Das soll es aber auch schon gewesen sein mit dem Video von heute. Wir hören uns auf jeden Fall spätestens wieder nächste Woche. Haltet die Ohren steif. Ich bin mal gespannt, was kurstechnisch noch passiert. Ob wir den Oktober wirklich komplett durchdrehen werden oder ob das jetzt mal wieder so ein kurzer Anzug ist. Und dann, bam, fliegen wir irgendwie wieder unter die 60, unter die 55 und dann ist wieder so ein bisschen die Luft raus. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und in diesem Sinne, haltet die Ohren steif. Bis bald. Peace, peace.